High Five, Low Fire und Venomator. Immer noch ob ihr steht, dann herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin's wieder, der Chris Zodat von InYourFaceGaming und ich begrüße euch herzlich zu einem kleinen Infovideo. Ja, die letzten Wochen kamen leider No Company of Furious, aber es lag daran, dass ich mittlerweile vollends aufgegeben habe, mit meinem Laptop irgendetwas aufzunehmen, auch was Ton angeht, weil der Lüfter einfach mittlerweile so übertrieben laut ist. Egal, wie ich es nachbearbeite, wegen der integrierten Rauschunterdrückung im Mikrofon von meinem neuen Headset kriege ich einfach dieses Lüfterrauschen nicht raus. Klar, wenn ich nichts sage, kriege ich es raus, aber sobald ich wieder was sage, ist es halt mit drin in den Wörtern und in den Sätzen, die halt mehr oder weniger fließend aneinandergereizt sind. Und da kriege ich es einfach nicht raus mit meinen jetzigen Mitteln, zumindest kriege ich es persönlich nicht hin. Der ein oder andere von euch hat sich sicherlich gewundert, warum die Company of Heroes Replays, die letzten zwei Videos, so gute Tonqualität hatten im Vergleich zu den letzten Commentaries, die ich halt bei mir in Stuttgart mit meinem Laptop aufgenommen habe. Das liegt daran, dass das T-Bund gar nicht mal so kaputt ist, wie ich ursprünglich gedacht habe. Das lag hauptsächlich nicht am Mikrofon selbst, sondern an dem USB-Port. Ich habe es nämlich gemerkt neulich, also vor zwei Wochen, als ich das letzte Mal daheim war, als ich halt meinen WLAN-Stick im selben Anschluss drin hatte, hatte ich die ganze Zeit Wackelkontakt und ich dachte eigentlich ursprünglich, also ich habe Company of Heroes gezockt und es hat irgendwie übelst rumgeruckelt teilweise, da habe ich schon Angst gekriegt, dass die Festplatte irgendwie im Arsch ist. Aber in den Replays hat ja alles prima funktioniert und jetzt habe ich halt festgestellt, dass es hauptsächlich an dem Port liegt, an dem USB-Port vorne an dem Rechner. Das Mikrofon selbst hat klar natürlich etwas an Rausch zugenommen, wie es ursprünglich war, aber es ist bei weitem nicht so krass, wie ich ursprünglich angenommen habe. Und das ist auch gar nicht mal so unempfindlich, das liegt halt wie gesagt alles an dem blöden USB-Port, der irgendwie aus mysteriösen Gründen langsam aber sicher seinen Geist aufgibt. Und das ist eigentlich schon der zweite an dem Rechner, also hätte ich schon früher drauf kommen müssen, dass es vielleicht eventuell daran liegen könnte. Aber wie gesagt, jetzt ist alles wieder in Butter. Mein neuer PC ist auch schon so gut wie bestellt, das Geld habe ich zusammen und ich habe auch schon die Konfiguration. Das heißt, in den nächsten ein, zwei Wochen werde ich auch Videos dort vor Ort drehen können, ohne halt immer hier nach Hause fahren zu müssen. Ich war halt letzten zwei Wochen nicht daheim, deswegen habe ich euch auch nur Company of Views Videos gezeigt, die ich halt vorproduziert hatte hier. Aber das wird sich halt demnächst wieder einpendeln, denke ich mal. Ich habe auch noch einige neue Projekte auf dem Schirm, die werden vom Setting zwar in eine ähnliche Richtung gehen, werden aber ganz andere Genres abdecken. Das eine ist ein MMO, sage ich mal. Ich bin nicht zu viel verraten. Das eine ist ein Multiplayer-MMO. Das andere ist ein Third-Person-Shooter. Aber wenn die Zeit reif ist, werdet ihr es sicherlich von selbst erahnen können, was es ist. Ich werde auch das eine oder andere mit dem ein oder anderen In-Your-Face-Kollegen zusammen aufnehmen. Aber das wird halt demnächst alles auf euch zukommen und wenn die Zeit reif ist, werdet ihr auch dementsprechend informiert. In diesem Sinne verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Infovideo gefallen und ihr seid auch weiterhin so aktiv auf dem Kanal dabei. Denn es macht mir unheimlich viel Spaß. Ich habe jetzt auch meine Abo-Zahl wieder freigeschaltet, sodass jeder sehen kann, wie viele Abonnenten ich habe. Denn es motiviert mich unheimlich, jetzt auf die 200 hinzuarbeiten. In diesem Sinne verabschiede ich mich von euch. Bis zum nächsten Mal. Euer Kritz-Salat.